Ja, also ich wollte vor allem etwas zu dem Gesundheitswesen sagen, weil ich finde, das, was Herr Spahn da eben erzählt hat, ist wirklich Augenwischerei. Und ich finde das beängstigend, weil wir eine Fehlentwicklung haben seit vielen Jahren. Das war ja lange vor Corona. Also während Corona wurde immer gesagt, wir müssen die Überlastung des Gesundheitswesens verhindern. Und ich habe mit vielen Pflegerinnen und Pflegern gesprochen, mit Ärzten in Krankenhäusern. Und die haben zu mir gesagt, ja, Überlastung, das ist für uns der Normalzustand. Und zwar schon lange vor Corona, in jeder großen Grippewelle, waren die Krankenhäuser immer wieder überlastet, weil wir seit Jahren Betten abbauen, weil wir seit Jahren Krankenhäuser auf Commerz trimmen, auf Profit trimmen. Große Krankenhausketten machen zweistellige Renditen. Und das machen sie deshalb, weil die Leute schlecht bezahlt werden, weil wir viel zu wenig Personal haben. Und an dieser grundsätzlichen Entwicklung hat sich nichts geändert. Und deswegen können auch offene Stellen nicht besetzt werden. Also es gibt eine sehr interessante Untersuchung von Verdi. Die hat sich mal angeguckt, stimmt das eigentlich mit dem Fachkräftemangel in der Pflege? Und sie haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Wir haben 300.000 voll ausgebildete Pflegefachkräfte in Deutschland, die nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben, weil sie ausgebrannt sind, weil sie fertig sind. Und gut die Hälfte hat gesagt, ja, sie würden zurückkommen, wenn die Arbeitsbedingungen deutlich besser wären und gleichzeitig natürlich auch das Gehalt angemessen wäre. Und wenn Sie sagen, das ist mehr gestiegen als in anderen Berufen, muss man einfach dazu sagen, es ist immer noch weit unterhalb des durchschnittlichen Einkommens in Deutschland. Und ich finde das skandalös. Ein so wichtiger Beruf, wo man wirklich jeden Tag für Menschenleben verantwortlich ist, dass die so mies bezahlt werden und dann nützt auch keine Pflegeprämie, sondern ich finde, da muss ein grundsätzlich anderer Ansatz her. Die Gehälter müssen deutlich hochgesetzt werden und wir müssen endlich weg von diesem Weg kommerzialisieren und privatisieren. Das ist eine öffentliche Aufgabe. Krankenhäuser müssen keinen Profit machen. Sie müssen Kranke versorgen und zwar nach den Bedürfnissen, die Kranke haben und nicht nach den Methoden, mit denen man am meisten Willen machen kann. Vielen Dank. Meine Frage an Frau Wagenknecht wäre die Position der Linken dazu. Kohleausstieg wann spätestens? Also natürlich wünschen wir uns, dass der Kohleausstieg vorgezogen werden kann. Aber es ist tatsächlich auch notwendig. Also es bringt wenig, hier aus der Kohle auszusteigen. Da stimme ich auch dem jungen Mann zu. Und dann Kohlestrom aus Polen zu importieren oder Atomstrom aus Frankreich, weil wir nicht so viel mit den Erneuerbaren ausgebaut haben, dass wir unseren Strombedarf decken. Und da scheinen mir tatsächlich bisher manche Politikkonzepte nicht wirklich schlüssig zu sein. Also es ist aktuell so, dass wir etwa 19 Prozent unseres Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien decken. Das ist schon mal, sagen wir mal, natürlich besser als vor 20 Jahren, aber es ist natürlich völlig unzureichend. Und wenn jetzt gesagt wird, wir wollen immer mehr E-Mobilität, dann heißt das natürlich immer mehr Strombedarf. Oder wenn große Unternehmen auf Wasserstofftechnologie umstellen, das ist ein immenser Strombedarf. Und natürlich muss das alles zusammenpassen. Also wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr, im Frühjahr, wieder eine Mehrheit des Strom, der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern, weil der Wind nicht richtig geblasen hat. So nun sind das ja Ereignisse, die nicht in unserer Macht stehen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen tatsächlich eine stärkere Förderung auch von Forschung und Innovation und neuen Technologien, damit wir das bewältigen. Also ich bin fest davon überzeugt, wir müssen das schaffen, also auch global. Und der Beitrag Deutschlands sollte vor allem auch sein, weil wir sind ein Hochtechnologieland, dass wir Innovation stärker fördern, dass wir auch technologische Durchbrüche erreichen. Weil ich glaube, man macht sich etwas vor, wenn man so tut, als wäre jetzt sozusagen noch ein paar Windräder und noch ein paar Solarpaneele. Und dann können wir unsere gesamte Energieerzeugung auf Erneuerbare umstellen. Das wird nicht funktionieren. Wir importieren jetzt schon, wenn der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint, Strom, der nicht so erzeugt ist, wie wir uns das wünschen. Und deswegen glaube ich, das ist dann auch Augenwischerei. Weil wir brauchen tatsächlich eine neue Basis für die Energieerzeugung. Dankeschön. Es sind auch eine ganz klare Frage. Sarah Wagenknecht, Mindestlohn, nennen Sie eine Summe. Ja, also ich finde, 13 Euro sind angemessen. Das ist immer noch sehr wenig. Und ich möchte auch, Herr Spahn hat ja auch zwei Sätze angefügt, noch etwas dazu sagen, zu dieser Ausrede von Politikern, die das dann auf die Tarifpartner schieben. Weil, dass wir in Deutschland einen so großen Niedriglohnsektor haben, dass so viele Menschen für extrem schlechte Löhne arbeiten, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist die Folge politischer Entscheidungen. Also man hat die Leiharbeit liberalisiert. Man hat Dauerbefristungen ermöglicht. Man hat Missbrauch von Werkverträgen ermöglicht. Man hat die Minijobs geschaffen. Und dadurch hat man einen Arbeitsmarkt geschaffen, wo Gewerkschaften in vielen Bereichen nicht mehr kampffähig sind. Also wer zum Beispiel immer einen befristeten Job hat, der streikt nicht, weil der hat Angst davor, dass die Befristung ausläuft. Und deswegen finde ich das wirklich unehrlich. Wenn Politiker dann, die für solche Maßnahmen mitverantwortlich sind, das war damals die Agenda 2010, die CDU hat das aber immer mit unterstützt, hat das ja auch nicht verändert. Wenn Politiker, die so etwas mitgemacht haben, die selber den Niedriglohnsektor geschaffen haben, dann sagen ja, jetzt sollen doch die Tarifpartner das lösen. Nein, wir brauchen gute Regeln am Arbeitsmarkt. Wir brauchen dadurch natürlich, oder dann könnte man die Gewerkschaften auch stützen, dass sie wieder kampffähiger werden. Aber als kurzfristige Maßnahme brauchen wir wenigstens diese 13 Euro Mindestlohn. Bei der extremen Inflation und Preissteigerung, die wir zurzeit in vielen wichtigen Bereichen haben, wir haben eine Inflation von 4 Prozent, viele Bereiche, Heizkosten ist extrem gestiegen, Mieten sind extrem gestiegen, ist selbst das noch sehr moderat. Also ich finde, das ist überfällig.